Die digitale ID oder E-ID, die habe ich schon längst auf dem Handy. Zeige ich euch nicht, sind ja meine Daten. Aber die benötigt ihr, um euch schneller verifizieren zu können. Also ihr wollt ein Konto eröffnen, einen Kredit beantragen, da braucht ihr sowas. In Schweden und Norwegen nutzen schon 75% der Bevölkerung eine E-ID. In Dänemark sind sogar 85%, die ihre Daten bei privaten Unternehmen hinterlegen. Ja und in Lettland, da ist es vom Staat organisiert, da sind es natürlich 100%, die eine E-ID haben. Wer sich schon länger mit dem Thema digitale Identität beschäftigt, ist das Start-up Verimi. Die haben zu 11 angefangen und sind jetzt schon 21 Partner. Das sind große Unternehmen, die beim Thema digitale Identität mitmischen wollen. Was ich noch nicht gesehen habe, ist ein Bundesadler beim Start-up. So, wo ist er dann? Ah, Roland, grüß dich. Ja, ein interessanter Bundesadler im Eingangsbereich. Start-up Bundesadler. Ja, ganz sicher bei uns. Und der ist auch angekettet, damit er nicht wegkommt. Wer mir mehr zum Thema digitale Identität sagen kann, ist der CEO von Verimi, Roland. Für was brauche ich jetzt eine digitale Identität, eine E-ID? Die E-ID bezeichnet in der Regel den digitalen Personalausweis. Digitale Identität geht nochmal darüber hinaus. Also wir verstehen darunter Personalausweis, Führerschein, Covid-Pass, aber auch viele weitere Dinge, wie zum Beispiel Segelschein, Angelschein, die verifizierte E-Mail-Adresse. All diese Dinge an einem digitalen Ort, sodass du das mit einem Klick benutzen kannst. Was kann ich genau damit machen? Du kannst es natürlich einfach vorzeigen mit deinem Smartphone. Also der häufige Use Case, du hast einfach deinen Ausweis zu Hause liegen lassen, du musst ihn zeigen. Dann ist schon mal ganz gut, dass du die Daten verifiziert in deinem Smartphone hast. Viel wichtiger ist aber für uns, dass du das in digitalen Prozessen benutzen kannst. Also wenn du dich irgendwo identifizieren musst, dann musst du es häufig per Video-Ident heute machen oder musst zur Post gehen. Oder wenn du dich danach dann sicher einloggst. Mit der digitalen Identität kannst du das mit zwei Klicks machen. Das ist ja mal super effizient für dich als Kunden. Und für die Unternehmen ist das auch super effizient, weil die sparen Kosten und erhöhen natürlich ihre Conversion Rate, weil der Kunde ist mit zwei Klicks bei dem Angebot. Wodurch grenzt ihr euch ab? Wir bieten Identitäten auf relativ hohem Vertrauensniveau bis zu substanziell an. Moment, substanziell, das mussten wir jetzt nochmal erklären. Substanziell ist eine Klassifizierung, das ist das zweithöchste Niveau, um dich zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung zu identifizieren. Und dafür haben wir als einziges Unternehmen in Deutschland die Zulassung. Das heißt, insgesamt haben wir sehr vertrauenswürdige Identitäten bei uns, dass du damit sogar mit zwei Klicks einfach ein Bankkonto eröffnen kannst. Bei uns ist alles ganz sicher. Bundesdruckerei ist einer unserer Partner. Wir haben aber über 40 Partner, die bereits Verrimi in Use Cases nutzen. Und ja, ich sehe es als Chance. Wir müssen einerseits die Dinge sehr sorgfältig machen. Das sind DAX-Konzerne. Das muss natürlich alles passen, was wir tun. Und andererseits haben wir auch Gesellschafter, die sind global tätig und können uns natürlich die Erfahrungen aus anderen Märkten vermitteln. Dort, wo die digitale Identität bereits Alltag ist und wo sie ihre Prozesse darauf eingerichtet haben. 10 Prozent der Deutschen haben sich schon mit der digitalen Identität schon mal beschäftigt. Da ist doch noch viel mehr Platz nach oben. Was könnt ihr dafür tun und wann kommt denn jetzt der große Boost? Ja, wir arbeiten täglich an dem großen Boost. Das ist klassisch die Herausforderung des Henne-Ei-Phänomens. Kommen zuerst die Nutzer oder zuerst die Partner? Jetzt liegen aber meine Daten bei privaten Unternehmen. Ja, das ist natürlich ein berechtigter Punkt. Wir haben bei Verimi die Struktur von Grund auf so angelegt, dass sie offen ist. Offen auch im Sinne eines Public-Private Partnership. Die Bundesdruckerei ist ja schon bei uns beteiligt. Entsprechend muss man sehen, was ist die Alternative, dass gegebenenfalls Big-Tech-Unternehmen der deutschen Wirtschaft und auch dem öffentlichen Sektor die verifizierten Daten der deutschen Kunden wieder zurückverkaufen. Und deshalb wollen wir schauen, dass wir einen nationalen Player in diesem Ökosystem für digitale Identitäten schaffen, um eine relevante Position dort einzunehmen, weil das Feld wollen wir sicherlich nicht den Big-Techs überlassen. Und wie schaut es bei euch? Gehört ihr auch zu den 10 Prozent, die wie ich die digitale Identität schon mal ausprobiert haben? Oder gehört ihr zu den 90 Prozent, die das vielleicht mal ausprobieren wollen, aber noch nicht gemacht haben? Wo ist das Problem? Schreibt es mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.